Wir machen es so. Ich fahre zur Kaserne und besorge Sturmgewehre. Eleonore verbündet die Reichsregierung und organisiert ihre Unterstützung. Ja, guten Tag, mein Name ist Eleonore, Freifrau von Pulitz. Spreche ich dort mit dem König der Uckermark? Und Birgit. Äh, Birgit. Ich rufe die Kräfte der Engel herbei. Ja, gut, meinetwegen. Ich habe ihre Nummer auf Telegram. Nein, herrscht nicht die heute schon. Ja, eine Audienz wäre natürlich super. Ach so, erst nächstes Jahr? Vorher sind sie auf Montage. Wenn alles klappt, dann steht Tag X nichts mehr weg. Und dann stürzen wir das Regime der BRD.